Hallo alle zusammen, ich hoffe es geht euch allen gut da draußen. Die nächste Tanki ist fertig in H7 und Akebono auf der anderen Seite. Der Kundenwunsch war Waldboden mit ein paar Mustern drauf. Die andere Seite. Also wie ihr seht, ich versuche dann die Wünsche und Vorstellungen immer umzusetzen so gut wie es geht. Und auch hier nochmal ein kleines Vorspiel, das hier ist die H7-Seite. Und die andere Seite ist aus Akebono gestimmt. Ich finde gerade mein Klöppel nicht, deswegen spiele ich gerade mal mit der Hand. Nein, nein, nein. Ha, ha, ha. Ja, bei Interesse einfach melden, E-Mail-Adresse steht unten drunter. Ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.